da hat es gerade so geklappt ich wollte gerade sagen ich will spielen warum geht das ding eigentlich noch keine ahnung daran hast du ihn verkackt da kommt ja nicht so ein schönes helles level das muss deiner seele entsprechen ich habe keine ahnung was das ist so ein level das ist wahrscheinlich 30 für die nummer zwei kommen jetzt noch irgendwie weiter ich habe mich gerade durch die durchgeklickt sehe ich das richtig schlecht nachdem wir die world angefangen haben müssen wir auch die gute spiele auszusehen haben dass sie das die nummer 1 es hat uns jetzt im ansatz auch nur gebracht wobei ich ja schon gerne mal wissen ich gehe jetzt mal hier runter ich habe jetzt zwei stück ich würde jetzt ganz gerne sie kommen bei irgendwie wieder die leben wechseln das passiert ist ja passiert sollte es nicht kommen wir da eigentlich dekus schützen laufen Na komm komm komm, nein 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 nein, ich wette da wärs gewesen, was wollt ihr? Ha, was wette da hinten an der Ecke wärs, ah verdammt. Oder bei dem Tod. Nee, der ist grün. Stirbst du jetzt? Stirbst du jetzt? Hab Angst vor mir. Ach, es geht. Da wird's nicht ganz gerechnet. Thorsten, das haben wir doch schon mal gemacht. Echt? Ich kann das doch in den Bubus. Das sind doch praktisch Bubus, nur ein bisschen anders angemahnt. Nein. Da links. Okay. Ich weiß jetzt zumindest, wo ich hin muss. Ich werde erst nicht da. Ja. Doch, doch. Der ist so fies versteckt dafür. Das wär ja, das wäre echt nicht nett und so. Keine Blöcke zerstört. Na gut, wenn du einen Spitzsack rumläufst, geht das doch. Aber. Wir wollen ja alles sagen. Ich bin gespannt, wie schwer das jetzt noch wird. Das ist ja Samstag. Das stimmt. Warum, was kommt heute nicht? Meine Web kommt jetzt. Oh. Was echt? Die machen am Wochenende. Mhm. Das ist bloß manche. Fällst du hier rein, dann hätten das Leid ja auch nicht mehr hoch. Was? Tja. Einen alle drei Tage. Mal täglich. Das kommt auch täglich. Ne. Doch. Ich hab die ganze Woche jeden Tag einander geguckt. Ja. Jetzt lüg' ja nicht mehr rum, ne? Das ist ja... Das kommt wirklich täglich. Steeeeeer. Steeeer. Steeeer. Jetzt guck' da nach, ne? 27. 26. 24. 23. 22. 21. 21. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. und dann hier durchgehen warum genau hast du jetzt nicht gehen das dringend auf der linken Seite kaputt gemacht erst das Leben sammeln wusste dass es da sein wird Idiot na mich nie so Idiot Spitzhacken Arsch den sollen wir jetzt leben ja ja warum hatte ich mal weich auch wo ich lang was was gibt eigentlich hier absolut nichts weiss ja Nintendo kann das ja schon schön aussehen lassen auf der Wii U ich frage mich nur warum haben wir das bei Kirby nicht zu machen aber Knete es gibt bestimmt Menschen die sagen die Knete bei Kirby ist toll Knete ja Menschen die noch nie richtige Kette gesehen haben ja was soll für ein Leben reichen das könnte sogar noch wenn ich alle Sachen sammle du sammle mal bitte alle Sachen haben ein paar Leben nötig ich weiß deswegen wenn ich auch ein paar Sachen sammle dann kommt ja hier oben auch einer an oh nein hallo fuck schon wieder jedes Mal dasselbe gut ist gut ist an der Wand hängen ja leuchte leuchte ihn mal an hallo bist du da wo ist er denn will ich nicht ok finde ich voll ok so jetzt jetzt glaube ich also nach links und ran das da ja genau jetzt hatten wir ja haben wir ja alles ja und jetzt nach den Goldmünzen nicht dass wir noch bräuchten wir das Leben heute schon 15 169 jetzt doch das ist doch schlecht ne jetzt mal deutsch stell mal vor das könnte jetzt auf sein konto in euros umwandeln dann einzahlen ich habe ein wenig spiel bekommen das wäre schon ziemlich cool und sind fest schauen wir doch mal es gibt ja die pro episode nach zwei minispiele eins zum hacken und eins zum doof sein ich hacke wieder doch ich dachte er kann sagen was du willst aber das war gut ja doch du hast sogar fast noch ein viertes gebracht das war nie schlecht ja hier ist wieder fünf leben gespielt kann ich jetzt weiter spielen ne du spielst ja nicht mehr du bist du captain tor gibt es nichts kannst du noch so oft a drücken gibt es immer noch nichts b ne aber setz mal dein amiibo ein hier jetzt ich finde warum wurden wir abgeworfen warum sind wir neuerdings to dead warum wir mensch kinder sind das käfer das ist ja mal lustig hab ich jetzt für die dritte welt noch was anderes einfallen lassen ich hätte ich da hinkommen können kommst du bestimmt noch hin ich frage ich gerade ob so dat und daisy den gleichen sprecher noch selben klamotten noch ein bisschen davon könnte jetzt da hinten ist genau war doch die 1 okay dann ist ja alles dann ist ja alles voll knurr kacke jetzt bin ich wieder hier ja du gehst da wo du gerade lang bist und dann gehst du weiter oder du springst einfach darunter und geht dann weiter siehst schon dass das hier eine erhöhung ist ich da nicht runter käme doch doch du mit deinen fünf weniger zehn im kopf ist dann muss so hoch ist dann von da oben runter fallen von wo oben und da oben aus dem baumstamm muss doch unterfallen dann lande ich aber vom anderen holz ja glaube ich habe ich mich in das jahren über nein wieso hat das eben geklappt diesmal nicht doch guck mal da gibt es noch ein p schalter ja mit dem kommt bestimmt hoch sieht man ja das war jetzt abzusehen oder sollte sich auf dieses blöde flos draufstellen ich dachte ich müsste es noch mal aktivieren kann das ein regenbogen so ich habe angst vor achter bahn da kommt jetzt locker rein oder sagt nur zwei erst ja und jetzt gehst du dann vorbei ich kann da gar nicht durch oder so so siehst du alles gut ich muss ja als land für den käfern vom packen er gehört gleich gibt es muss jetzt echt noch mal neben du dabei ja aber ich habe das doch nicht doch ich warte hier und es kommt los es wird auch immer so lange sie ist doch alles und jetzt hör mal auf die ganze herum zum haufen spielst du stehst jetzt wartest du bist das loch wo du gerade eben runtergefallen bist über den links punkt ist noch rechts laufen nein kein leben vertreffen lassen damit dramatischer wird es ist erkennt es ja es ist wichtig so einfach für uns ich habe den geheimen geholfen sich ignoriert damit wenn ich alles beurte für euch während des nettes viel freizuschalten auf den spuren der pünktchen da habe ich wieder kiefer töten ich liebe es gibt ich habe letztens wieder enemy crossing angemacht also 3ds ding und weil ich dann jahr lang nicht war haben in meinem hauskackalaken beruht und die müssen alle breiten abtramper trampeln und steigen die geister von ihrem himmel auf mit alle tot sind dann kriegt man eine belohnung also man wird zum töten von ich glaube schon ich wünsche mir eigentlich nachlaufen dann kann man nichts passieren das ist dramatisch diese panik also ich wurde nicht getroffen und du hast gleich mal die dritten eingesammelt ja ich will ja auch nicht so schnell ich wette du darfst nur auf die felder treten auf denen die käfer laufen ich will einfach nur erfolgreich sein wo müsste ich dann noch gar nicht ich vermute mal der wird da oben in der blume sein das ist möglich ok da laufen jetzt so 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 geradeaus weiter und dann da hinten runter irgendwie so wo kam die von hier kamera ich gehe erstmal hier den schutz holen der mich nicht reich macht ja und dann einfach ja so hier falle ich hoffentlich rund nein voll die fahrt voll die verarsche da links wie komme ich nein ich muss den ganzen weg mitlaufen ja pust pust was macht ihn jetzt nö ich bin ich hab gedacht ich bin einfach von den käfer idiot käfer hier ne oh gott lass mich in frieden ich würde da einfach jetzt nach rechts gehen ja aber ich hätte ja aber dann bin ich ja nicht richtig so wie dann würde ich musst du den anderen weg vermutlich zurück zu ende laufen oder du gehst einfach schräg rüber einmal ich würde dir so oder so hier ankommen das ist wieder geschafft kein leben verloren alle sachen ich verstehe es nicht warum macht nintendo heutzutage so simple casual spiele es ist keine fließen zu